Hallo, Gunnar Kessler hier von digitalmoneymaker.de. Ich möchte mit diesem Video einfach mal ein paar Fragen beantworten, die in den letzten Tagen, Wochen, Monaten aufgekommen sind. Mir immer wieder gestellt wurden von Menschen, die auf meiner Facebook-Wand mir folgen. Wenn du mir noch nicht folgst, dann folge mir ganz, ganz dringend. Drück ein Like auf facebook.de slash digitalmoneymaker. Und zwar, ich werde immer wieder gefragt, Gunnar, wie machst du das? Wie kommt das, dass du ständig an den tollsten Plätzen dieser Erde unterwegs bist und dir die Sonne auf den Pelz scheinen lässt im Winter? Und musst du nie arbeiten? Und genau diese Frage möchte ich jetzt beantworten. Ja, ich muss arbeiten. Aber ich habe mein Business, meine Einkommensquellen so aufgesetzt, dass ich dies auch tun kann, wenn ich unterwegs bin, dass ich arbeiten kann, von wann ich will, von wo ich will und all die Möglichkeiten habe, zu entscheiden, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie viel ich arbeite, wie wenig ich arbeite, ob ich abends arbeite, ob ich nachts arbeite, ob ich tags arbeite. Das liegt alles frei in meiner Entscheidung, bin quasi dadurch nicht nur finanziell, sondern auch örtlich und zeitlich frei. Und wie funktioniert das Ganze? Ich werde immer wieder gefragt, Gunnar, wie kriegst du das hin? Wie machst du das? Folgen sieht es aus. Das Internet bietet heute sehr, sehr, sehr gute Möglichkeiten, mit denen jeder, und ich sage wirklich jeder, und das ohne Vorkenntnisse, ein sehr, sehr, sehr gutes Geld online verdienen kann. Ein einfacher Weg dazu ist Affiliate-Marketing. Falls jemand nicht weiß, was Affiliate-Marketing ist, das ist recht einfach. Nehmen wir an, ich habe ein Produkt online, verkaufe ein Produkt online und du sendest mir Besucher für meine Webseite. Und diese Besucher kaufen dann. Dann bekommst du von mir gern und sehr gut eine Provision bezahlt. Und genau das ist Affiliate-Marketing. Es gibt dann die Affiliate-Provision und fertig. Das heißt also, wenn du mir auf meine Webseite Kunden schickst, die dann kaufen, zahle ich dir gern 40, 50 Prozent oder im Einzelfall auch mehr Provision. So funktioniert das Ganze. So kann das jeder, der irgendwo die Möglichkeit hat, Besucher auf Webseiten zu schicken, kann dies tun und sich dafür bezahlen lassen. Das ist Affiliate-Marketing. Dazu braucht man nichts, dazu braucht man keine Webseite, dazu braucht man keine Vorkenntnisse, dazu braucht man eigentlich gar nichts. Außer zu wissen, wie es geht. Und weil ich immer wieder gefragt werde, wie geht das Ganze, wie funktioniert das, das wiederum erkläre ich auf meiner Webseite digitalmoneymaker.de, also digitalmoneymaker.de. Sollte der Link dann auch unten unter dem Video zu finden sein. Und da erkläre ich genau, wie das Ganze funktioniert. Und ich will auch kein großes Geld dafür haben. Ich zeige es euch quasi so, wie es geht. Schaut einfach rein, guckt es euch genau an. Wer das Ganze möglich macht, wer das Ganze umsetzt, für den werden echt tolle Sachen möglich. Zum Beispiel, wir haben jetzt das Jahr 2015, es ist hier irgendwo Ende Februar. Was habe ich dieses Jahr bereits gemacht? Nun, im Januar, es ist kalt in Deutschland, es schneit, es matscht, es skriert. Ist nicht mein Stil, mag ich nicht. Ich mag lieber die Sonne, so wie hier. Deswegen bin ich Anfang Januar nach Florida geflogen, habe dort ein paar schöne Wochen verbracht. Fotos davon gibt es auf meiner Facebook-Wand zu sehen. Habe dort ein paar schöne Wochen verbracht, habe dort gearbeitet, von da aus logischerweise, mit meinem Laptop am Strand, am Pool, wann immer mir danach war. Danach bin ich weiter geflogen, äh, gefahren mit dem Schiff, nicht geflogen, in die Karibik. Habe da ein paar schöne Tage, zwei Wochen schönen Karibik-Urlaub gemacht und bin anschließend nach einer weiteren Woche in Florida dann hier nach Kalifornien, aktuell in Newport Beach, Kalifornien, Orange County, falls es jemandem was sagt. Ja, und die Reise geht weiter nach San Diego und dann schauen wir mal. Im März möchte ich gerne nach China, das werde ich tun, nach Peking und Bangkok, dann in Thailand. Werde mir das alles anschauen. Und das Schöne ist, dass ich das Ganze halt tun kann, weil ich auf der einen Seite a finanziell die Möglichkeiten dazu habe, das macht mir mein Online-Business möglich, und b die urtliche Zeit dazu habe. Also ich muss nicht irgendwo in ein Büro gehen und irgendwo arbeiten. Ich kann das tun, wo immer ich bin, wo immer ich will. Ich brauche nur einen Laptop und einen Wi-Fi oder Laptop und eine Internetverbindung. Das ist alles, was ich dazu brauche. Das gibt es nahezu überall. Selbst in Kambodscha im Dschungel habe ich mir sagen lassen. Das werde ich auch noch ausprobieren. Und das ist alles. Wenn man weiß, wie es geht, wenn man die Möglichkeiten des heutigen Internets kennt, dann ist das alles gar kein Problem. Wie gesagt, ich zeige es euch gerne auf meiner Webseite digitalmoneymaker.de. Da werden die Geheimnisse entlüftet. Und, ja, ich sage nur, freies Leben, selbst entscheiden können, wo man ist, wo man sich aufhält, wie viel man arbeitet, wie wenig man arbeitet. Natürlich muss man arbeiten. Alles zu versprechen. Du musst nie wieder was tun, das Geld kommt einfach so rein, ist Bullshit. Funktioniert nicht. Einfach Schwachsinn. Man kann das Ganze natürlich schön automatisieren und minimieren, sodass man eigentlich nichts mehr braucht als ein Laptop und ein Wi-Fi, wie ich es gesagt habe. Und schon kann das Ganze losgehen. Man ist natürlich auch zeitlich frei, weil das Internet kümmert sich nicht darum, ob die Arbeit nachts erledigt wird, wenn andere schlafen oder abends oder vormittags. Wenn die Sonne scheint, geht es raus in die Sonne, genieß die Sonne, genieß die Zeit und genieß das Leben. Und darum geht es doch, oder? Dafür leben wir doch. Ich fühle mit. Es tut mir im Herzen weh, wenn ich Menschen sehe, die von morgens bis abends für einen Job racken gehen, die ihnen noch nicht mal Spaß macht und sich dort aufreiben, an Orten sind, bei denen sie nicht sein wollen, getrennt sind von ihren Familien. Tut mir in der Seele halt, weil es ist heute einfach so einfach. Wenn man mal zurückblickt, vor 20 Jahren war nichts möglich von der ganzen Geschichte. Da musste man einfach an einem Ort sein, um sein Geld zu verdienen. Aber das ist heute alles nicht mehr. Wie kaufen wir heute ein? Wir kaufen bei Amazon ein, wir kaufen bei Ebay ein, wir bestellen alle möglichen Sachen online. Das ist heute völlig, völlig normal. Und wir geben Geld für Sachen aus im Internet, die hätten wir vor 20 Jahren, hätte sich keiner denken können, dass es das überhaupt gibt. Und genauso ist es heute. Heute gibt es Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen, und von denen hätte vor 20 Jahren hätte keiner gedacht, dass es möglich ist. Allein Facebook. Man kann mit Facebook so viel Geld verdienen. Oder YouTube. Die meisten sind auf YouTube und denken, es ist eine Zeitmaschine. Setz dich abends 20 Uhr davor, und schon ist es 3 Uhr nachts. Aber YouTube kann man auch ganz anders nutzen. YouTube kann man auch nutzen, um wirklich Geld zu verdienen, um sich gut von YouTube bezahlen zu lassen. Mehr dazu wird es in meinem Programm die YouTube Cash Machine. Guckt euch das einfach mal an und schaut dann, wie einfach es doch ist, über YouTube Geld zu verdienen. Es ist wirklich 2 Stunden auf YouTube und gut Geld verdient. Gute Sache. Ist heute alles möglich. Man muss halt nur wissen, wie. Ich weiß es, ich nutze es, mir bringt es ein super tolles Leben. Vor allen Dingen, Geld ist das eine. Geld ist das eine, aber Geld macht nicht glücklich. Aber was es wirklich bringt, ist halt die Freiheit, hier in Kalifornien zu sein, da, wenn ich es will, wann ich es will, die Sonne zu genießen. Und genau das wünsche ich mir für euch auch. Genau das wünsche ich allen Menschen, die Möglichkeiten zu erkennen, also einfach zu erkennen, wie einfach es wirklich ist. Man muss arbeiten, man muss etwas dafür tun. Aber wie viele Menschen reißen sich jeden Tag 8, 9, 10 Stunden den Arsch auf in einem Job, der ihnen keinen Spaß macht. Denselben Einsatz, diesen Einsatz bewundere ich. Die Menschen tun das für 10, 20, 30, 40, 50 Jahre teilweise. Diesen Einsatz bewundere ich extrem. Denselben Einsatz gebracht, in ein eigenes Einkommen zu investieren, ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Ich zeige euch gern, wie es geht. Es ist natürlich auch, wer heute noch einen Job hat, oder nur einen Job hat, und von diesem Geld, von seinem Arbeitgänger abhängig ist, der ist nichts als ein moderner Sklave. Sicherheit heute, absolut eine Illusion, eine lächerliche Illusion. Was ist heute schon noch sicher? Welcher Job ist heute noch sicher? Nichts, gar nichts. Jede Firma kann innerhalb von kürzester Zeit pleite gehen. Und dann, dann sitzen die Menschen auf der Straße und haben keine Ahnung, was sie tun sollen, mit 30, 40, 50 Jahren. Und das tut mir so leid. Ich möchte diesen Menschen echt helfen, sich was Eigenes aufzubauen. Und vor allen Dingen, sich verschiedene Einkommensströme aufzubauen, aus verschiedenen Quellen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Achtet darauf, dass ihr nicht von einer Einnahmsquelle abhängig seid. Sucht euch verschiedene Einnahmsquellen. Bricht eine mal weg, bricht euch die eine Einnahmekquelle weg. Als Job, eure einzige Einnahmeprille, bricht weg, habt ihr ein Problem, habt ihr noch Hartz IV und das war's. Wenn ihr aber mehrere Einkommensquellen habt, die alle über das Internet kommen oder über andere passive Einkommensströme, über die wir auch auf meiner Webseite sprechen, bricht einer weg, tut das weh, ist das schade. Aber dann fehlen halt ein paar mal, ein paar hundert, paar tausend Euro im Monat. Ist nicht toll, aber bringt einen nicht um. Weil, wenn man mehrere Einnahmequellen hat, sagen wir einfach fünf bis zehn, und es bricht eine weg, ist das nicht schön, aber es bringt einen nicht um. Man kann sein Leben so weiterleben wie bisher, man kann das Leben weiterhin so genießen wie bisher. Also, das ist die wahre Sicherheit. Die wahre Sicherheit habt ihr nur, wenn ihr für einen ganz, ganz tollen Menschen arbeitet, nämlich für euch selbst. Und das möchte ich. Ich möchte, dass eure Arbeit, euer Einsatz, den ihr bringt, euch zugutekommt. Und nur euch. und dass ihr für das bezahlt werdet, was ihr tut. Nicht jemand anders. Und es gibt diesen schönen Spruch, der heißt, arbeite an deinem Traum. Arbeite an deinem eigenen Traum. Arbeite fest daran. Und, weil wenn du dies nicht tust, arbeitest du über kurz oder lang, und zwar ganz schnell, für den Traum eines anderen. Also, starte deine Träume. Arbeite an deinem Traum. digitalmoneymaker.de Da gibt es alle Infos. Schau dir sie in Ruhe an. Ich genieße jetzt hier noch ein bisschen den Beach. Liebe Grüße. Bye, bye. Ciao.